Fußball ist mein Leben. Die Generale Arena ist für mich wie mein zweites Zuhause. Am wenigsten mag ich Fußball, wenn mir wehtut. Mein größtes Hobby im Fußball ist das Tennisspiel. Mein Idol ist Cristiano Ronaldo. Mein Ritual vor dem Spiel ist meistens eine Mittagsschlöcher. Mein bester Fußballmoment bis jetzt war in Göttingen, wie wir gewohnt haben und wie wir aufgestiegen sind von der Regionalliga in die zweite Liga. Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, würde ich wahrscheinlich noch immer in die Schule gehen. Von meinem ersten Profigehalt habe ich meine ganze Familie zum Essen eingeladen. In meinem Sprint findet ihr immer meine Fußballschuhe. Die Menschen, die mich am meisten unterstützen, sind meine Eltern und meine ganze Familie. Wenn ich einen Tag mit jemandem tauschen könnte, wäre das Cristiano Ronaldo. Weil ich wissen will, wie das ist als Ronaldo am Tag. Im Mannschaftsbus sitze ich meistens neben Salah. Am längsten in der Kabine braucht Michi Madl bei der Kampfmannschaft und bei der Amateure Matteo Meisel. Die beste Stimmung macht Christoph Monschern bei der Kampfmannschaft und Ali Shahintürk bei der Amateure. Die besten Musikgeschmack hat Michael Madl. Den schlimmsten Musikgeschmack hat Stefan Janovic. Ich habe die Rückennummer 36, weil es mir die Haare gegeben hat. Mein Karriereziel ist realistisch, weil die österreichische Bundesliga gewinnen und wenn ich träumen könnte, die Champions League gewinnen. 3,7 Minuten. 4,0 Minuten. 5,5 Minuten. 7,3 Minuten.